Herr Professor Streeck, wir hören in den Medien, die Corona-Zahlen steigen. Einige werden sich jetzt denken, geht das Ganze wieder von vorne los? Müssen sich die Leute Sorgen machen? Nein, sorgen muss man sich in jedem Fall nicht. Also das neue Coronavirus hat sich ja im Grunde eingereiht mit all den anderen grippalen Infekten, die wir haben. Im Herbst und Winter, da ist die Erkältungssaison, da gehen solche viralen Infektionen nach oben. Und das werden wir auch diesen Herbst und Winter erwarten mit dem Coronavirus, dass die Fallzahlen steigen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir zum einen in der Bevölkerung eine sehr hohe Grundimmunität haben. Also fast jeder hatte Kontakt mit dem Virus, fast jeder oder viele, viele sind geimpft, sodass durch diese Grundimmunität der schwere Grad der Infektionen einfach heruntergesetzt wird. Zusätzlich haben wir die Omikron-Variante, haben auch immer noch die Omikron-Variante. Daher ist das eben auch vom Vorteil. Also kurz gesagt, Sorgen muss man sich nicht machen. Können wir schon von einer neuen Welle sprechen? Ja, wir hatten ja auch in den Jahren davor im Herbst und also so im September nach den Schulferien so ein Ansteigen der Infektionszahlen. Das ist noch nicht wirklich eine Welle. Eine Welle würde man eher dann zum Herbst erwarten. Aber wir können das nicht vorhersagen, also wie sich das verhält. Wir haben ja letzten Sommer gesehen, dass wir eine Sommerwelle, eine ungewöhnliche Sommerwelle hatten, aber dann im Herbst und Winter gar nicht so eine starke Welle. Und es kann auch sein, dass wir eher ein anderes Virus haben, was sich nach vorne drängt, wie zum Beispiel die Grippe. Und können wir davon ausgehen, gibt es den Fall, dass Tests und sogar Masken und Isolation zurückkommen könnten im Herbst, Winter in Deutschland? Ja, generell als Wissenschaftler muss ich sagen, sagt niemals nie. Aber ich halte es für fast unmöglich, dass wir eine generelle Maskenpflicht wiederhaben werden oder eine Testpflicht. Was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass man in bestimmten Einrichtungen, wie zum Beispiel in Kliniken, wo krebserkrankte Menschen behandelt werden, dass man sagt, wir arbeiten hier für den Herbst und Winter mit einer Maske oder wir bitten doch die Besucher, sich vorher zu testen, damit man die sehr hoch vulnerable Gruppe auch schützt. Das sind aber dann so spezielle Entscheidungen, die für die allgemeinen Bevölkerung nicht gelten sollten. Also wenn alles ganz normal laufen sollte, gehen wir nicht von der Überbelastung für die Bevölkerung oder Krankenhäuser aus? Naja, die Krankenhäuser sind ja sowieso in einer Situation, wo die Lage sehr angespannt ist. Wir haben einen Fachkräftemangel und das schon seit Jahren strukturell schlecht aufgestellt und zum Teil wurde auch sehr gespart in der Infrastruktur von den Krankenhäusern, sodass jede zusätzliche Belastung im Herbst und Winter natürlich auch eine Extrabelastung sein wird für die Krankenhäuser. Wir haben aber in den letzten Jahren gesehen, dass wir keine Überbelastung hatten und das ist wahrscheinlich wieder zu einer Strapazierung der Krankenhäuser kommen wird. Das wird wahrscheinlich aber auch im nächsten Jahr so sein, aber dass das nicht speziell auf Corona zurückgeführt werden kann. Und jetzt wird ja natürlich weniger als in Pandemiezeiten getestet. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie hoch die Dunkelziffer ist und kann das zur Gefahr werden, dass man so viele Fälle nicht erkennt? Die Dunkelziffer abzuschätzen ist wirklich sehr schwierig. Und da wir auch nicht mehr regulär testen in dem Sinne, dass wir eine Reihe an PCR-Tests in den Laboren machen und dann die positiven Rate berechnen können, sondern meistens zuvor schon ein Antigen-Test gelaufen ist, können wir eigentlich darüber keine Aussage mehr treffen. Ich denke, es ist aber auch nicht notwendig zu wissen, wie viele Menschen infiziert sind. Denn wir machen das für keinen anderen grippalen Infekt, also wir machen es weder für die Influenza noch für zum Beispiel RSV-Infektionen, sodass wir schon sehr gut damit arbeiten können, einfach zu wissen, wie viele wurden jetzt symptomatisch getestet, sind erkrankt, müssen behandelt werden oder wurden positiv auf das Coronavirus getestet, weil sie sich krank fühlen und nicht wie viele zufällig mit dem Virus ja infiziert sind. Bleiben wir, weil Sie es angesprochen haben, bei den Symptomen. Können Sie die für die neuen Varianten einmal beschreiben? Nun, die neuen Varianten, die ja auch durch die Medien und durchs Netz geistern, das sind im Grunde alles Omikron-Untervarianten. Also das Omikron-Virus hat sich in den letzten Monaten sehr viel erweitert innerhalb der Variantenbildung. Wir reden da auch von einer Variantensuppe, weil wir so viele unterschiedliche Varianten haben. Darum ist es nicht überraschend, dass auf der einen Seite manchmal der EG5 genannt wird, manchmal der BA 2.86 und dann ist es vielleicht morgen HK3 als Variante. Aber alles muss man so sehen als eine Omikron-Variante. Und die, soweit man das bisher symptomatisch überblicken kann, unterscheiden sich die Omikron-Subvarianten überhaupt nicht. Also man hat immer noch diese Erkältungssymptomatik, nicht mehr die wirklich schweren Lungeninfektionen, wie das bei Delta zum Beispiel der Fall war oder bei der Originalvariante. Aber man hat immer noch die gleichen Symptomatiken, was man im Grunde mit einer Erkältungskrankheit vergleichen kann. Die Impfungen bieten keinen Schutz vor der Infektion, aber die Impfungen bieten immer noch einen hervorragenden Schutz vor einem schweren Verlauf. Diese Unterscheidung muss man in jedem Fall treffen, denn man darf nicht unterscheiden. Man macht ja nicht nur die paar Antikörper, die die Oberfläche erkennen, sondern man macht eine große Bandbreite an Immunantworten. Dazu gehören auch die T-Zell-Immunantworten, sodass, wenn vielleicht einige dieser Immunantworten wegfallen durch die neuen Varianten, haben wir immer noch eine Grundimmunität. Zusätzlich haben die meisten Menschen ja auch einen Kontakt mit dem Virus gemacht und dadurch noch zusätzliche Immunantworten aufgebaut, sodass man hier sagen kann, dass die Breite der Immunantwort stabil ist und stark genug auch gegen die neuen Varianten. Würde das heißen, dass Sie noch zur ersten Spritze raten, also für Leute, die noch gar nicht geimpft sind? Naja, es gibt ja mittlerweile angepasste Impfstoffe und auch in ein paar Wochen sollen ja auch die auf die neuesten Varianten angepassten Impfstoffe kommen, sodass man immer raten würde, dass man mit den angepassten Impfstoffen impft, da die einfach auch die Varianten, die eher in der Zukunft kommen könnten, auch besser abdecken. Also da dann zurückzugehen zu der Originalvariante, das würde man eigentlich nicht machen, obwohl auch die ursprüngliche Impfung hier immer noch genügend Schutz erzeugt vor einem schweren Verlauf. Und bezüglich der Impfung, für wen würde sich Ihrer Meinung nach eine Auffrischimpfung lohnen? Ja, die STIKO ist da ganz klar, dass sie sagt, dass nur Risikogruppen, also die eine Vorerkrankung haben, die vielleicht ein schlechtes Immunsystem haben, dass die sich nochmal impfen lassen sollen. Man sagt aber auch, dass Personen ab 60 Jahren eher auch zu einer Risikogruppe gehören. Das ist ja dann so ein bisschen die Frage, in welcher eigentlichen Verfassung man ist ab 60. Bei einigen gibt es dann schon mehr Runterkrankungen, sodass man pauschal sagt, ab 60 Jahren wird eine Auffrischimpfung angeraten, aber ist es auch wichtig zu wissen, dass die STIKO sagt, dass man mindestens zwölf Monate Abstand zum letzten Antigenkontakt haben sollte. Was bedeutet, dass wenn man jetzt im Sommer eine Corona-Infektion hat, dass man sich nicht nochmal impfen lassen sollte, auch wenn man zu einer Risikogruppe gehört. Also immer den zwölf Monats Abstand und sonst impfen lassen, wenn man zu einer Risikogruppe gehört. Haben Sie Kontakt zu Ihrem Kollegen Professor Dr. Trosten? Wissen Sie, was der aktuell so treibt? Nein. Und noch haben Sie manchmal den Gedanken, was das für eine verrückte Zeit war bei uns in Deutschland und in Europa und auf der Welt. Also klicken Sie aus Virologensicht da anders drauf als ein normaler Bürger? Ja, also ich glaube nicht, dass sich meine Sicht auf diese Zeit so unterscheidet von der Sicht von anderen Menschen. Ich halte es zum Teil auch für eine sehr verrückte Zeit, vor allem wenn man zurückschaut, wie da mit was für einer Militanz zum Teil Maßnahmen durchgebracht wurden und wie wenig wir hier diskutiert haben. Für mich ist es natürlich nochmal was Besonderes, weil ich dann sowohl auch beruflich als auch im alltäglichen Leben sehr viel mehr ins kalte Wasser geworfen wurde. Und daher war das für mein Leben, glaube ich, ein sehr einschneidender Moment, diese drei Jahre. Und Sie haben es angesprochen, was hätten Politik und Bevölkerung mit dem Wissen, das wir heute haben, zu Corona-Hochzeiten in Deutschland anders machen können, müssen? Also erstmal muss ich vorweg sagen, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir eine Aufarbeitung haben dieser Zeit. Da geht es gar nicht um Fingerzeigen oder zu sagen, was falsch gelaufen ist oder wer eine falsche Entscheidung getroffen hat, sondern es geht darum, daraus zu lernen. Das haben wir leider bisher nicht gemacht. Für mich der Kardinalfehler an dieser Zeit, dass wir nicht geschafft haben, von Anfang an viele unterschiedliche Expertenstimmen zusammenzuziehen und zu versuchen, einen Konsens zu finden aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Einfach gesagt, was ein Psychologe rät in so einer Situation, ist etwas sehr anderes, als was ein Virologe sagt. Diese Stimmen und Expertisen zusammenzubringen, damit hätte man wahrscheinlich sehr viel besser auch diese Krise bewältigen können. Vielen lieben Dank, Professor Streeck, für das Gespräch. Sehr gerne.